Mit dem Arbeitsplatz um die ganze Welt reisen, wo gibt es das? Das gibt es an Bord der Kreuzfahrtschiffe von Hapag Lloyd, unter anderem mit der MS Europa, MS Europa 2 oder auch den Expeditionskreuzfahrtschiffen Hanseatic Spirit, Hanseatic Inspiration, Hanseatic Picture. Die Schiffe sind wirklich weltweit im Einsatz und ihr habt regelmäßig die Chancen, während eures Vertrages an Bord die Welt zu bereisen und spannende Länder und Destinationen kennenzulernen. Wie bekommt man eine Stelle an Bord? Aktuell gibt es verschiedene offene Positionen, für die ihr euch bewerben könnt, unter anderem im Restaurantservice als Chef der Rang oder als Comité der Rang, in der Küche als Comité Cousin oder als Chef der Party oder auch im Sweden-Bereich als Butler für die Gäste an Bord. Hapag Lloyd steht für Luxus, luxuriöse Reisen und hat die höchsten Servicestandards. Dementsprechend ist auch das Anforderungsprofil an die Bewerber und man möchte die besten Crewmitglieder an Bord gewinnen, um natürlich auch den besten Service weiterhin gewährleisten zu können, die laut Berlitz Crews Guide auch entsprechend ausgezeichnet werden. Was bietet euch C-Chefs dafür? Für C-Chefs bietet euch Verträge an Bord für einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten. Die An- und Abreise ist komplett organisiert und bezahlt vom Arbeitgeber. Während eurer Zeit an Bord habt ihr kostenfreie Unterkunft und Verpflegung an Bord. Die Uni-Firma wird ebenfalls gestellt. Es gibt einen exklusiven Crew-Bereich mit exklusiven Aktivitäten auch an Bord, das Fitnesscenter, das Crew-Deck. Es gibt Crew-Ausflüge bei den weltweiten Destinationen, immer wieder sehr spannend und attraktiv. Und ihr bekommt auch ein attraktives Gehaltspaket angeboten für eure Arbeit. Um an Bord erfolgreich zu sein, bringt ihr mit gute Kenntnisse im Service, in der Küche oder auch im Butler-Service. Ihr habt bereits in einem grobenen Umfeld gearbeitet, vier, fünf Sterne-Bereich und seid auch bereit, den Gästen entsprechend den Service zu bieten, den sie sich vorstellen für einen Nutzer-Kontaktiv. Für mehr Informationen über die aktuellen Konditionen an Bord könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren. Eine kurze E-Mail an stefan.liebig.backup-jobs.com Oder schaut vorbei auf unserer Karriere-Seite www.backup-jobs.com.de Ich freue mich darauf, euch persönlich kennenzulernen, euch beraten zu dürfen, wie ihr den Job an Bord sichern könnt und euch auch weitere Informationen zuzusenden. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute.